Näh, doch! Da ist ein NPC drauf, das ist ja krass. Direkt um die Ecke fast. Jetzt stirbt man. Hast du hier nix zu Kamellen? Äh, Alarv. Ja, genau. Kamellen Alarv. Karneval ist noch ein bisschen hin. Ja, aber ich freue mich schon wieder drauf. Na, ich nicht so, ich bin nicht so der Karnevaltyp. Aber doch, ich schon. So, die Hühnchen lasse ich erst mal im Leben jetzt hier. Boah, bist du gnädig? Ja, richtig gnädig. Da kannst du ja eigentlich mal bei den NPC drauf jetzt... Ich kann das ganze Weizen mitnehmen, fällt mir grad ein. Soll ich grad schon sagen. Darauf wollte ich dich jetzt eigentlich auch bemerkbar machen. Sollte ich grad fragen, ob das grad noch alles da ist. Zum Glück greifen die einen ja noch nicht an. Soweit ich es weiß. Nein? Nein, die NPCs sind noch irgendwie dumm. Die merken nichts. Die kann man kaputt kloppen, bis sie tot sind. Die merken nichts. Irgendwie, auch wenn das mal irgendwie in Ankündigung gewesen war, dass man die irgendwie gegen den Krieg führen kann und mit den handeln kann. Und ich habe bis jetzt davon noch nichts. Handeln sogar? Ja, dass irgendwie Geld kommen soll und alles. Keine Ahnung. Plugins für den Server gibt es da schon dafür. Aber NPCs, die das können, soweit ich weiß noch nicht. Und was vielleicht auch sein kann, dass das bei mir grad hier so mit den Bildern und so ist. Also von den Frames. Also Bildwiederholungsrate für alle, die nicht wissen, was Frames sind. Haben sich ja auch schon welche in der Schuhe gesperrt, die nicht wissen, was Frames sind. Genau. Aber es muss ja auch nicht unbedingt jeder wissen. Jetzt wisst ihr es. Ne. Jedenfalls, es kann daran liegen, dass wir erst nicht mehr auf Bucket spielen, sondern einfach auf die normalen Minecraft-Server-Klienten von Mojang. Weil Bucket hat ja leider noch keine neue Version rausgebracht. Also jetzt in dem Moment, wo wir spielen. Und ja, Bucket läuft halt immer alles etwas stabiler und ruckelfreier vor allen Dingen. Und ich bin hier grad richtig schön viele Samen am mitbringen. Das ist schön. Das ist gut. Vielleicht mal ein bisschen Gas geben jetzt langsam hier. Ich mach grad unser Haus richtig groß. Also richtig groß. Und ich hab das erste Feld abgeerntet. Da sind... Oh, hier sind drei... Drei Felder mindestens. Und die NPCs laufen hier einfach so rum. Und ich glaub, ich werd heute im NPC-Dorf übernachten. Das kannste von mir aus sein. Weil zurück ohne beschossen zu werden... Oh, jetzt hab ich das Bild kleiner gemacht. Das ist ja scheiße. Wie hab ich das denn geschafft? So. Ich hoffe, das hat die Aufnahme nicht irgendwie gestört. Das müsste eigentlich kein Problem sein. Hoffe ich mal. Also die Aufnahme läuft noch. Aber ich hoffe mal... Da ist jetzt an die Knochen behalte ich. Ähm... Wieso hat das eigentlich nicht aufgehoben? Ich hab doch noch Platz. Ah, da ist grad richtig... Oh. Richtig... Am... Haken. Dann wäre der so schlimm. Oh, ich will Bucket haben. Geht gar nicht gerade. Bucket heißt ja auf... Oh, jetzt kommt das alles wieder. Bucket heißt ja auf... Oh, jetzt kommt das alles wieder. Bucket heißt ja auf Deutsch Eimer. Ja. Das finde ich auch ganz lustig. Die... Bucket? Ja. Wirklich? Ja. Okay. Und jetzt ist aber alles wieder weg. Irgendwie ist der Server gerade am hängen. Nicht, dass hier Windows wieder im Hintergrund am Arbeiten ist. Da hab ich gar keinen Bock mehr drauf jetzt gerade irgendwie. Soll ich gucken, ob die hier irgendwo ein Bett haben. Ich hoffe mal, dass die ein Bett haben. Das wär gut. Okay. Einmal ganz kurz jetzt. Ich muss jetzt wirklich mal gucken, was hier gerade abgeht. Weil das ist jetzt richtig krass mittlerweile. Das ist ja... Boah. Das geht gar nicht gerade. Wirklich. Das ist ja... Tut mir leid. Ich muss nochmal in den Pausebildschirm und gucken, was hier jetzt gerade los ist. Machst du gerade irgendwie ein Download oder sowas? Nee, 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 nee. Mach ich nicht. Mach ich nicht. 100% Prozessorauslastung. Das ist ja... Was geht hier wieder ab? Fraps. 53-55%. Java. Läuft auch. Was kann ich hier noch abmachen? Also schalten. Teamspeak. Muss anbleiben. Ja, klar. Damit wir uns hören. Ja. Äh... Ich kann ja nichts ausmachen. Ist schlecht. Ist schlecht. Ist richtig schlecht. Obwohl, ich könnte Antivirus ausmachen. Wird bestimmt auch noch was sparen. Ähm, tut mir leid, dass ihr jetzt gerade wirklich nur den Pausebildschirm seht. Aber es geht wirklich gerade nicht anders. Ihr seht das ja am Bild. Das ist richtig krass gerade. Selbst im Pausebildschirm habe ich jetzt mittlerweile nur 5, 6, 7, 10 Frames. So geht das nicht. Ja, ich arbeite hier gerade noch gemütlich an unserem Haus weiter. Das gar nicht mal so schlecht aussieht. So, ich bin hier gerade. So, das ausmachen. Und... Das auch ausmachen. Für... Bis zum nächsten Neustart deaktivieren. Ja, möchte ich wirklich. So, ist er wieder am Arbeiten. Jetzt sagt er, ich habe kein Antivirusprogramm an. Ja, das interessiert mich aber gerade nicht, weil ich es mit der Absicht gemacht habe. Und... Schön, dass du so nett mit der Antizierung gehst. Ja, das ist... Windows will immer nett sein, aber ich will nicht nett zu Windows sein. So. Okay. Ich könnte auch manchmal hier alles auseinanderreißen. Weil wenn man da auf irgendeine Website geht, zum Beispiel heute. Ich wollte mir den MC-Patcher downloaden, weil er eine neue Version draußen hat. Ich habe eine Viertelstunde dafür gebraucht, mal so einen richtigen MC-Patcher zu holen. Und... Da kam andauernd Pop-up. Jede Sekunde kam da irgendeine Meldung, bla, ja, willst du da mitspielen? Etc. Das ist mir sowas von auf den Nerv gegangen. Du kannst... Ihr könnt Mathefragen. Ich wäre ja fast ausgeflippt. Ja, das stimmt. Ja. 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 So, und ich versuche irgendwie Craft Buckets mit der 1.1 raus... Also irgendwie selbst mal versuchen, dass ich das zum Laufen kriege, weil das ist ja richtig schlimm gerade. Ich glaube, wenn du gleich zurückkommst, wirst du das Haus hier nicht mehr erkennen. So, viel Veränderung? Ja, schon viel Veränderung. So, und ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen könnte. Einfach am Haus hier rumstehen und warten. Ist jetzt nicht spannend für euch, aber ich kann ja mal mit dem Typen hier einfach... Okay, der war gerade weg gewesen. Einfach mal versuchen, mit einer Spitzhacke im Kopf den zum Lachen zu bringen. Ja, genau. Da. Und jetzt ist er kaputt gegangen. Der hat ja einen Stahlkopf. Ist ja unglaublich. So. Mein Haus. Hast Pech gehabt. Da hinten sind auch noch mal Bücher drin. Bücher? Ja, Bücher. Dann kannst du ja mal mitnehmen. Bücherregale, meine ich jetzt so. Hab ich eine Axt mit? Ja, hab ich. Dann droppen die ja, glaube ich, drei Bücher oder so. Ja, genau. Können wir ja mitnehmen. Aus denen kann man ja wieder neue Bücherregale machen. Stimmt, Bücherregale wäre auch eigentlich mal so schlecht. Also hier jetzt bei mir. Könnte ich auch gebrauchen. Ach, was baue ich hier für ein Trick? Ne, war richtig. Oh. So. Hallo. Guten Tag. Ich nehme mal die Bücher hier mit. Was meine jetzt? Nein, da brauchst du mich nicht dran zu hindern. Sonst stirbst du nämlich. So. Weg mit dir. Und weiter. Was ist denn das Loch jetzt drin? Na egal. So, ich mache uns jetzt gerade hier mal ein Schlafzimmer. Ja, ist ja gut, Kuh. Ich weiß ja, dass du mich nicht magst. Ist ja sehr zielfreundlich. Ist ja sehr zielfreundlich. So, wir gehen da ins nächste Haus. Da geht's ins nächste Haus. Vielleicht haben die da ja ein Bett. Ist ja ganz praktisch, wenn die da ein Bett hätten. So, ich hoffe jetzt kommt nicht irgendwie ein Creeper oder ein Zombie oder ein Skelett von hinten. Das wäre nicht sehr praktisch. Kommt doch eins von hinten angeschossen. Ja. Dann hört man was. Das wäre schlecht. So, der hat aber auch leider nichts. Wenigstens hat der aber mal Licht hier im Haus. Das ist auch schon mal ein Fortschritt. Ja, schön, das Holz, ne? Ja. Ach, Mann, 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 ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Vielleicht hätte ich jetzt einfach mal ein Bett mitnehmen müssen. Wir haben ja noch genug Wolle dafür. Für zwei weitere Betten, sobald ich eine Nahrung habe. Das weiß ich jetzt nicht. So, wir nehmen eine Stunde, acht Minuten, also eine Stunde, zehn Minuten auf. Ah, sehr cool. Ja. Ja, nach Viertelstunde müsse ich dann, glaub ich, auch schon... Ah, toll. Klappt jetzt hier nicht. Viertelstunde schon? Ja, weil wir da essen. Ach so. Okay. Und Essen ist wichtig. Boah, du, Essen. Überbewertet. Ja, genau. Hm. 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 Ich darf das denn hier machen. Ich glaub, ich lass das so. Da hinten ist wieder Kühe. Da hinten ist wieder Kühe. Kann ich ja gleich wieder auch was mitnehmen. Wie viel Fleisch habe ich jetzt eigentlich? Oh, 32 mal hohes Rinderfleisch. Also Rindfleisch. Okay. Ist doch nicht schlecht. Wehe. Du schubst mich da jetzt raus, Junge. Wehe. Sag mal. Das ist doch... Ich hab ihn gewarnt. Ich hab ihn gewarnt. Ihr habt's alle gehört. Ich werd ihn jetzt töten. Stirb. Hast du dich schon angefreundet mit denen? Ja, die Dorfbewohner sind meine Freunde. Die mögen mich alle ganz gut leiden hier. Na ja. Ich bin echt hier messy, ey. Ich hab hier nur tausend Sachen. So, wenn ich das ganze Dorf hier umgebracht habe, können wir ja alles auseinander nehmen und den ganzen Kram hier mitnehmen. Das ist gut. Irgendwann mal. Aber ich muss jetzt erstmal was ablegen, ey. Ich hab Ball dabei. Haha. So, und es wäre mal ganz nett zu wissen, wo jetzt hier der Mond ist. Ach, da hinten. Gut, dann wird's ja gleich Tag. Das ist ja schön. Kannst du endlich mal wieder rausgehen in die Freiheit. Ja, bin ich grad schon ein bisschen. So. Und du wirst unser Haus echt nicht wieder erkennen. Das ist... Guck mal von außen. Sie sieht jetzt nicht groß aus. Oh doch. Ach, das gefällt mir doch. So, ich bin jetzt wieder dabei, die Felder hier am abzuernten. Warum nicht mitnehmen, was man... eh nicht, was die anderen eh nicht brauchen. Das ist doch eigentlich... Hier in Minecraft im echten Welt ist natürlich was anderes, aber hier ist es ja kein Problem. In der richtigen Welt wäre das ziemlich witzig. Also, Kinder, nicht nachmachen, ne? Wenn ihr irgendwo draußen mal so ein Feld sieht und denkt, komm, nehme ich einfach mal schön den Weizen mit. Macht's nicht. Wie viel hab ich denn jetzt schon mit? 33 mal Weizen. Oh, und schon zwei Stacks, fast drei Stacks an Samen. Das ist ja schön. Das heißt, unser Feld wird größer. Wir haben viel Weizen. Das heißt, wir haben viel Brot. Und das heißt, wir können auf eine Höhentur gehen. Ja, in der nächsten Aufnahme, denke ich dann mal, ne? Oder? Ja... Ja. Ja. In der nächsten Aufnahme. Das ist gut. Dann könnt ihr... Wann machen? Nächste Woche? Ähm... Warte mal. Irgendwie... Ist hier gerade... Hänge ich hier gerade? Warte mal. Ich glaub... Ähm... Hallo? Ähm... Ich teleportier mich mal. Ihr seht das ja gerade. Es ist irgendwie... Äh... Ganz komisch gerade. Äh... Da... Äh... Äh... Luke... P... Da. So, jetzt hänge ich in der Luft. Ihr seht... Äh... Ja. Genau. Ähm... Jetzt wär's eigentlich ganz gut, wenn der mal die Welt... Notch! Da ist Notch! Oh mein Gott, da ist Notch! Das ist ja... Das ist ja krass. Das ist geil. Und wie findest du das von euch? Das ist... Äh... Warte mal. Das Bild ist ja wohl genial. Ich weiß. Notch! Da... Notch der Gott hier. Ist... Das ist ja wohl mal genial, das Bild.